Sie probieren gerne neue Haartrends aus und lieben stylische Frisuren? Im Salon Heike gibt's Friseurkunst vom Feinsten. Die bestens ausgebildeten Friseurinnen verfügen über langjährige Erfahrung in der Branche, teilen die Liebe zum Beruf und erfüllen Ihnen all Ihre Frisurenwünsche. Im Salon in Linz erwartet Sie nicht nur ein absolut entspanntes Ambiente, in dem man sich rundum wohlfühlt, sondern auch eine typgerechte Beratung. Die Damen bieten neben modischen Haarschnitten für Männer und Frauen auch Haarfärbungen und Strähnen an. So sind Sie hier goldrichtig, wenn Sie einen Hauch Farbe in Ihr Leben bzw. auf Ihren Kopf bringen wollen. Das herzliche Team zaubert außerdem wunderschöne Frisuren für jeden Anlass. Hier sind Sie in jedem Fall bestens aufgehoben. Lassen Sie sich in familiärer Atmosphäre verwöhnen und geniessen Sie den umfangreichen Service. Salon Heike – Ihre Profis, wenn es um Frisuren geht.